So Leute, wir können weitermachen. Yay! Oh, meine Stimme ist fast weg. Ja, ihr seht, hier nach dem Level ist schon ein Weg nach oben, zu Bowser Schloss. Ich hab einen Fehler in der Aufnahme gemacht. Ich bin dumm, ich weiß. Ähm, ja. Und ich hab quasi... Ich wurde unsynchron... Ja. Hab ich überhaupt... Ja. Ähm. Leck, 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 hallo? Danke. Ja, ich wurde unsynchron. Ich hab also quasi das aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte, was halt aufscreen war. Mann! Und, ähm... Ja. Und, äh... Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Oh, Moment. Sorry. So. Das aufgenommen, was... Äh, ja. Was ich nicht aufnehmen wollte. Und... Ja. Ich kann das gar nicht beenden. Das aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Ja. Und das nicht aufgenommen. Was hätte aufgenommen werden sollen. Wisst ihr, was ich meine? Nein? Gut, ich auch nicht. Doch, ihr wisst, was ich meine. Weil ihr seid schlau und ich bin's nicht. Und ich bin schon wieder tot. Und ich hol den falschen Knopf. Herzlichen Glückwunsch. So. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich... Dieses Level nicht kennen würde. Ach, darf. Wie oft springst du dann gegen die gleiche Blume und machst den gleichen Fehler wieder. Ja. Ich würde es ja zählen, aber soweit kann ich nicht zählen. So. Jetzt aber. Nein. Jetzt natürlich nicht. Tschüss. Ähm. Ja. Ich muss mir gar nicht meinen Save-State-Knopf woanders hinsetzen, glaube ich. Am besten auf die L oder R-Taste. Weil dann kann ich das immer saven und laden. Und das mache ich auch. Kleinen Moment. So, wir können weitermachen. Und. Ja. Ich habe meine Knöpfe umgestellt. Und jetzt läuft das vielleicht besser. Nein. Natürlich nicht. Jedenfalls muss ich nicht immer zur Tastatur greifen. Auf F4 drücken und runterfallen. Ja. Stopp, 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 stopp. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Vielleicht so rum. Nein. Aber ich hasse diesen Part. Ich hasse das ganze Level. Ja. Wieso druckst du dich, Mario? Ich hasse dich. Hm. So. So. Tschüss. Tschüss. Weißt du, Mario sollte eigentlich mal aus seinen Fehlern lernen, aber er tut es einfach nicht. Oh. So. Nein. Nein. Aber ich bin ein Stückchen weitergekommen. Zwar nicht viel, aber egal. Stopp. Mario, nein. Wieso save ich denn nicht? Und wieso laufe ich einfach immer wieder? Ich laufe eigentlich nicht. Naja. Cool. Geil, Mario. Du bist so cool. Du bist so eine geile Sau, Mario. Oh mein Gott. So. So. Oh. Oh. Oh, natürlich. Ja, klar. Hm. Genau. Den Sprung schaffe ich nie im Leben. Den Sprung schaffe ich nie im Leben. Nie im Leben. Eigentlich habe ich ihn gar nicht berührt, oder? Ihr habt es gesehen. Ja, jetzt schon, aber jetzt schon wieder. Tschüss. Jetzt lade ich heute selbst jetzt zweimal, warum auch immer, weil ich meine... Oh, ich habe es geschafft. So. Ruhig bleiben, Safne. Ruhig bleiben. Das geht. Das geht. Das geht. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Nein, das ist total dumm. Jetzt aber nein. Oh, viel zu weit unten. Weil ich muss da hoch und dann auf den nächsten Pilz und jetzt. Nein. Jetzt. So, speichern. Laden. Nein. Oh, boah. Wow. Speichern. Hm. Ja, fast. So, und jetzt muss ich nämlich dagegen. Höhöhöh. Ja, fast. Weil ich dumm bin. Nein, weil ich dagegen muss und dann so von der Seite dran. So wie... So. Und ja. Ihr habt es gesehen, was ich machen muss. Ich muss da runter und dann wieder hoch und dann dagegen springen und zurück und so weiter und so fort. Das wird nichts. Das gibt keinen. Ich glaube, ich habe mich schon wieder mal versafestated. Yay. Och, komm. Der war doch nicht da dran. Oh, jawoll. Safe, 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 safe. Was muss ich machen? Äh. Okay. Ich weiß, was ich machen muss. Abspringen. Puh. So. Speichern. Ducken. Sterben. Ja. Genau. Das machen wir jetzt nämlich auch, weil... Ich will klein sein. Oder ich muss klein sein. Keine Ahnung. Sehen wir dann. So. Tschüss. So, safe. Und... Yeah. Och, man. Ich hasse invisible coin blocks. Oh. Oh. Mach hin. Mario. Du warst so cool. Du warst für einen Moment... Habe ich nicht gemocht, Mario. Aber ich weiß, es ist ja bei uns beiden keine Freundschaft auf Dauer. Das kann keine Freund... Ja. Tschüss. Boot. Oder was das auch immer darstellt. Sprengst du mal ab. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Och, ich hasse diese Blumen. Was sind das eigentlich? Scheren? Oh. So, jetzt muss ich da runterlaufen. Und ich glaube, ich habe es total versaut mit dem Timing. Kann das sein? Ja, oder? Ich habe es doch versaut, oder? Nein, es ist noch machbar. Okay, das reicht mir schon. Oh, okay. Ich weiß, wie es geht. So nicht. Nämlich so. Nein, so auch nicht. So. Nein. Nein. Vielleicht, wenn ich nochmal runter... Nein, natürlich nicht. Ey. Mann. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Nämlich so ähnlich. Habt ihr es gesehen? Nein. Ich auch nicht. So. Hm. Cool. Geil, Mario. Geil, Mario. Geil, Mario. Boah, du bist so cool, Mario. Geil, Mario. Och, Mann. Ey, diese Stelle ist so kacke schwer. Wir müssen mich da runter springen. Und dann da hoch. Genau. Geh in der Manchi. Genau. Geh in der Manchi. Und dann... Ich werde mal gleich einen kurzen Schritt machen, um meine Wertgegenstände, die ich hier rumfliegen habe. Also, wenn ich welche hätte, würde ich die jetzt gerade verstecken gehen. Weil ich weiß, dass hier gleich was zugrunde gehen wird. Aber ich weiß noch nicht... Was? Mensch! Och, Mann. Jedes Mal, wenn ich meine... Jetzt hätte ich es... Tschüss. Geschafft? Nein. Natürlich nicht. Jetzt aber. So. Och. Mario. Mario ist nämlich jemand, der liebt es zu sterben. Jemanden hier unschwer erkennt. Und Mario ist sicherlich super Todes... Jetzt spring ich neben dieses verkackte Ding. Kann das wahr sein? Ja. Duck dich, Mario. Genau. Duck dich vor deine eigene Dummheit. Och. Bei Mario, wir sind beide dumm. Du noch ein bisschen mehr als ich. Weil ich will nicht der Dumme sein. Obwohl wir beide dumm sind. Aber das habe ich schon gesagt. Keine Ahnung. Tschüss. Glaubt ihr es mir, wenn ich sage, der Hintergrund lenkt mich ab? Wahrscheinlich nicht, oder? Deshalb lasse ich es und sage einfach... Mario! Kann ja ab der Uhr mal bald 10 Minuten stehen. Hm. Genau. Ey, ich kann... Ich schaffe das nicht. Ich muss... Mario, wenn du dich noch einmal duckst, wenn ich das nicht will, dann haue ich dir so derber auf die Fresse. Genau. Ich haue nämlich eine Nintendo-Frisur... Boah, ey. Ich schiebe es jetzt auf die Uhrzeit. Ist mir scheißegal. Ich haue eine Nintendo-Frisur auf die Fresse. Genau. Jetzt springe ich einfach mal daneben. Genau. Auch ganz cool. Sehr zum... Ja. Jetzt zeigt mir das Spiel quasi gerade den Mittelfinger und sagt, hier, fick dich. Du hast keinen Bock... Ich habe keinen Bock, dass du es schaffst. Wobei... Ja. Ey, wir... Wollen wir das weiter so leckern? Dann breche ich die Aufnahme... So! Dann breche ich die Aufnahme ab und mache das Ganze nochmal neu. Ja! Ja! Ey, nein, oder? Nein, oder? Nein, oder? Mario, wieso dukst du dich? Bist du dumm? Ja, ich will keine Antwort. Danke. Boah, wenn ich das jetzt wegen diesem verkackten Sprung hier nicht schaffe... Wer hat eigentlich diesen Coin-Block dahin gesetzt? Hm, genau, weil... Egal. Ah, okay. Der Sprung ist noch machbar. Nur noch gucken, wie ich ihn gerade gemacht habe. Ja! So ähnlich. Tschüss, Coin-Block. Hallo, Munchi. Tod. Jetzt. Nein, jetzt. Ach, hallo, weiter rechts kann ich nicht abspringen. Hallo. Oh, Mann. Wieso habe ich eigentlich gesagt... Ey, Kaiser Mario. Ja, klar, spiele ich. So. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Ich darf noch nicht mal, wenn ich da runterfalle... Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Doch, ich könnte es schaffen. Mal gucken. Ja. Och, ich will doch nur wissen, ob ich auf dem Kackding lande. Ja, kann... Scheiße. Egal. Ich kann drauf landen, das reicht mir erstmal. Das heißt, ich habe es noch nicht komplett versaut. Wahrscheinlich kommt die Stelle aber noch, wo ich es komplett versauen werde. Weil, ihr kennt mich irgendwo versaved, hätte ich mich dann. Und ich werde mich höllisch aufregen. Und wieder alle Leute beleidigen, die gar nichts dafür können. Das ist dann der Moment, wo ihr mir schreibt, boah, du bist voll scheiße. Und ich sage, ja, ihr habt recht. Ihr sch... genau. Wieso fange ich ein Satz mit ihr sch... an? Ja, 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 ja. Nein. Jetzt aber. Nein, auch nicht. Och, Gott sei Dank. Ach, ich kann euch eine gute Nachricht verrichten. Äh, verrichten. Berichten? Mooooooon! Die Uhr hat recht... Boah, Alter. Ja, Mario, lass den Scheiß sein. Ey, ich muss nach links und dann nach rechts und dann nach hoch und dann wieder hoch und dann gehe ich den Coinblock und dann gegen die manche und tschüss. So, jetzt aber noch einmal. Einmal möchte ich noch drauf landen. Danke, YouTube. Kann man ja jetzt 15 Video... Boah, nee. Wenn ich jetzt noch einmal gleich sterben sollte, sage ich einfach tschüss und sag tschüss. Genau, weil ich sag tschüss und sag tschüss und dann... Coinblock. Tschüss, Mario. Leute, ich mach hier beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht, ob das noch machbar ist, aber ich glaube ja. Und genau, Mario duckt sich einfach weiter, weil der ist ein bisschen dumm. Ist ein wenig geistig zurückgeblieben. Okay, Leute, ihr seht's. Ihr seht's nicht. Ihr seht, dass Mario tot ist. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.